gut dann sind wir wieder unterwegs ich muss mal wie gesagt gerade ganz kurz meine alte aufnahme reinhören die ich noch zufällig hatte dass wir aber nicht hört ich muss zugeben ich habe nicht reingehört aussehen aber passt ja alles war heute geht es weiter mit der mission etwas wird wo ist die kiste wieder schon bei dir ich wollte mal schnell hier die hütte ja hier ist die kiste eine neue waffe weil ich sortiere aber kurz bei der waffen ich habe bestimmt wieder etwas tolles so war der lmg sehr gut Das war's. wirst du noch shoppen oder was wird die dd ich bin aber ausrüsten ich warte nämlich hier draußen ja ja so ich habe mich schon über die ja hast so gut auf ich nehme das jetzt mal mit dem offroad ein bisschen ernst über die kreisheiten die ganze laufen das auch scheiße kleines lustiges detail ist der bezintank von dem jeep der so bis in die luther wackelt du bei mir muss ich nicht entschuldigen bei meiner aufnahme hört man sich ähnlich so dass sich weil ich bei mir nur gameplay habe ach du hast dich auch hast du dich ausgestellt genau er ja ich meine bei mir ist nur spiel sound es gibt es oder meine zuschauer wieder sind ja ein paar die tatsächlich gucken zwar nicht viele aber egal darum geht es mir auch nicht so das ist wieder heiliges an feind präsent viel rot viel viel rot beide drohne schicken mal gucken was wir so haben hat feinden da zwei drei hier unten ist was zum zerstören das ist immer gut da steht doch so fuzzi es kann doch sein dass es nur 56 leute sind das ist doch nicht alles scharf schütze ist weg das sind nicht nur 56 hier laufen überall welche rum da hinten laufen noch welche rum da ist noch ein sniper weg ok auf den krähen steht glaube ich keiner ich habe jetzt frontal war nichts gesehen die haben nicht gehört also hier vorne bei mir sind die beiden also die drei also der scharf schütze und die zwei gegner weg hier läuft keiner mehr gerade ok ja super jetzt sind natürlich zwei hier die auf mich zukommen wenn ich jetzt einweg schieße ist der zweite auch dran da ist doch heiler da ist doch heiler ja 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 gut gut ich habe gerade gefunden auch super richtig wird aber ja das geht gut 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 das geht schon mal nein 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 du sollst nicht hoch das ist hinter dem container ach dahinter ist doch jeder ist das da hinten deine drohne die da noch umschwebt ja du hast auch noch gegner wenn ich der mark hat hat das ist ein schütze da komme ich aber glaube ich von hier nicht dran alles gut ich habe hier noch ein soll ich komme hier nicht weiter wo ich jetzt gerade bin da sowieso ein pöller oder was auch immer ausgeschaltet von hier von der position aus das gerade hinter container ich kann gerade nicht schießen ja dito ich habe auch hier gerade auf einer auf dem schirm der war sich gerade versteckt jetzt kommt da glaube ich gleich ins sichtfeld ja gehabt es weg ich habe gerade wieder einen geholt gerade stand bei mir schuss gehört ja ja aber der ist tot ich glaube hier kommen gerade gegner zu mir wieder einer tod da ist er da ist er die frage ist er steht ja wie weit steht er im gesicht vor mir jetzt noch einer weg bleib 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 wir haben eine leiche gefunden ja gut okay das bleibt jetzt sich aus noch einer weg ich versuche gerade ich gehe hier gerade bin noch einer weg die haben sich getötet gesehen ja jetzt haben sie dich kommt natürlich jetzt voll auf dich zu mörser alter alter hier bei mir ist so ein riesen kanone alter ich habe jetzt gerade einmal rausgenommen aus dem spiel und wieder einer weg ich habe hier hinten bei mir jetzt gerade so weit ein bisschen was sauber ich versuche jetzt gerade zitiert ein bisschen zu kommen aber ich habe sie doch nicht auf dem schirm die wissen nicht dass ich dass ich auch noch da bin wie sieht es bei dir aus so weit was fremd präsent alles gut okay aber ich muss erst mal hier mich gegen die feinde erwähren ja ja ich bin unterwegs bei die für das ist also mich ja ich muss okay das war kein feind das war geschützt das habe ich zu spät auf radar gehabt ich wurde zu spät schade ich wollte schön zu dir dachte ich mir ich habe hier ein bisschen ruhe da kommt diese scheiß so automatik geschützt habe ich doch mal vorhin gesagt dass sein geschützt ist ja es kommt jetzt mindestens das thema hätte ich ein bisschen anders angehen können ich habe mich damit so anschauen ich bin da der 15 sekunden wieder da das geschützt ist auf dich ich komme wieder zurück ist auch bis auf das geschützt dürfte und nicht mehr viel da sein jetzt es war zumindest stadt jetzt auch nicht mehr so viel offen auf radar aber ich will jetzt hier da lang wollte ich wobei bei mir doch ein gegner angezeigt werden wird was mit drei balken ich guck mal dass ich alles geschützt rein komme dass das uns nicht direkt doch wieder aber ich höre doch stimmen also könnte da noch sein was da unterwegs sein jetzt ich habe die kisten zerstört ja so machen wir gleich rüber zur nächsten mission von hier aus ja 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 Bis zum nächsten Mal.